Wir freuen uns sehr, Corinna Gentschel von der Kontaktstelle Soziale Bewegung der Linksfraktion im Bundestag. Ich habe ja Alexis Pasadakis, der inzwischen in Frankfurt wohnt, also nicht so weit wie bekannt, die in euch hier sicherlich bekannt ist, lange im Attac-Koordinierungskreis war, in der PG-Euro-Krise mitarbeitet und immer mal wieder auch in der einen, sozusagen, angedockt ist an die PG-Euro-Krise und immer mal wieder in der einen oder anderen Talkshow zu sehen ist, zuletzt vor allem im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise immer wieder im Fernsehen aufzusehen war. Rechts von mir ist Werner Räth, kennen die allermeisten hier sicherlich auch, zumindest vom Namen. Werner ist Mitgründer von Attac-Deutschland, eines der sogenannten Urgesteine, das ist mit tierlich gemeint, ist mit kurzer Unterbrechung, auch von anderen im Koordinierungskreis, in der Pressegruppe, auch aktiv bei Blocketail von Beginn an und in der PG-Euro-Krise ebenfalls. Also PG steht für Projektgruppe. Mein Name ist Frauke Destorath, das habe ich auch noch. Ich bin Pressesprecherin im Bundesbüro in Frankfurt. Wir haben viel gemacht zur Austeritätspolitik für HN in Brüssel. Wir waren in Berlin, wir haben gegen den Fiskalfakt demonstriert, Aktionen gemacht, gegen ESN, die Wirtschaft und Fiskalunion. Es gab Blocketail in Frankfurt, wir haben Griechenland Solidaritätsdemos gemacht, Papiere verpasst, gefühlt hunderte Pressemitteilungen zum Thema. Und ich frage jetzt euch hier unten, wo stehen wir denn eurer Einschätzung nach im Widerstand, gerade gegen die europaweite Austeritätspolitik und auch diese neoliberale EU-Politik insgesamt? Haben wir irgendetwas erreicht? Bei unserem Engagement für ein soziales, ein demokratisches, ökologisches Europa? Gibt es vielleicht ein Zeichen der Hoffnung auf einen Kurswechsel in Europa, dass es so nicht weitergehen wird? Vielleicht, Werner, fängst du an, wenn du mal. Ja, und da habe ich jetzt drei Minuten für. Mal gucken. Also rein formal, rein äußerlich ist das neoliberale Austeritätsmodell vollkommen intakt. Politisch wird es in den herrschenden Debatten in überhaupt keiner Weise infrage gestellt. Dabei ist gleichzeitig völlig klar, dieses Modell funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Von Anfang an ist der Versuch, diese Wirtschafts- und Währungsunion so zu organisieren, dass damit ihr eigentliches Ziel erreicht werden kann, nämlich die Stabilität der Finanzanlagen zu garantieren. Frau Merkel hat es in den letzten Jahren ja mehrfach öffentlich formuliert, dass das genau das eigentliche Ziel ist, um das es bei der Wirtschafts- und Währungsunion geht. Von Anfang an ist die Realisierung der Wirtschafts- und Währungsunion mit einem dauernden und immer stärker werdenden Lamento begleitet, dass sich alle Vertragspartner da doch gar nicht dran halten. Man hat erst Maastricht verabredet und keiner hält sich dran. Dann hat man den Stabilitäts- und Wirtschaftspakt verabschiedet und keiner hält sich dran und so weiter. Falls Zeiten der Verträge werden immer kürzer, das Lamento wird immer größer und in den letzten Jahren sind mit ESM und Fiskalpakt und den gescheiterten Wettbewerbspakten oder den noch nicht realisierten Wettbewerbspakten in sehr kurzer Zeit ist ein Regelwerk geschaffen worden, das um diese nicht funktionierende Währungsunion herum ein Korsett an Verträgen und Regelungen legt, wo es nicht mehr darum geht, ob irgendeine Regierung sich dran hält oder nicht, sondern wo die Exekutivmacht bei der Europäischen Kommission und die Gesetzesmacht letztlich auch dort liegt. Was sich im laufenden Jahr geändert hat, ist, was sich mit Griechenland geändert hat, ist, dass dieses Nicht-Funktionieren des europäischen Austeritätsmodells inzwischen jedem bekannt und bewusst ist. Es gibt in der ernstzunehmenden politischen Debatte eigentlich praktisch niemanden mehr und in der ökonomischen auch nicht, der sagt, dass dieses Modell so, wie es ist, funktionieren kann. Ein neuer Krisenschub, dessen eintreffende Frage nicht des Ob, sondern des Wann ist, ein neuer Krisenschub würde in der Weise, wie das 2008, 2009 gemacht worden ist, in gar keiner Weise mehr beherrschbar sein. Das ist auch allen bewusst. Deshalb die hektischen Versuche mit Banken, Union und allen möglichen anderen Dingen, dort noch weitere Pfeiler einzuziehen, die dann angeblich halten sollen. Und an keiner Stelle entsteht ein Gegendiskurs bei den herrschenden Gelieken. In den politischen Auseinandersetzungen der 60er, 70er Jahre, noch der 80er Jahre, hatten wir immer Oppositionen, die in den herrschenden Eliten oppositionell waren. Das ist überhaupt nicht mehr da. Das sieht so aus, als sei das alles ziemlich perspektivlos. Und ich behaupte, es ist ein Zeichen, auch ein Zeichen unseres Erfolgs. Dass den herrschenden nichts mehr einfällt, als an ihrem todsicher nicht funktionierenden Modell festzuhalten, ist auch, nicht alleine, aber auch darauf zurückzuführen, dass die Auseinandersetzung darum sich in der Weise zuspitzt, dass dieses Modell verteidigt werden muss oder dass es fällt. Im Augenblick sieht es so aus, als würde es nicht fallen. Aber das haben zu Beginn des Jahres 1989 auch noch alle von der da 40 Jahre alt werdenden DDR geglaubt. Das ist eine Definition. Das sage ich doch. Wirklich. Ich gebe die Frage weiter an Korinna. Wo stehen wir, wir ist natürlich gemeint, diejenigen, die gegen die Austeritätspolitik sind, wo stehen wir gerade? Das ist jetzt ganz schön die Reihenfolge, die wir haben, glaube ich, weil mein Punkt wäre jetzt eh, du hast mich ja auch so vorgestellt, mein Punkt wäre jetzt eher ein kurzes Schlachtlicht oder Blitzlicht auf das bewegungspolitische Feld sozusagen zu werfen. Wo stehen wir da? Rauke hat ja gesagt, ich bin in der Kontaktstelle Soziale Bewegung, also in der Funktion der Kontaktstelle mache ich seit vielen Jahren. Bewegungspolitisch bin ich da aktiv, bündespolitisch in dem Feld sozusagen der Krise ist eines meiner Schwerpunkte. Das beginnt, ihr erinnert euch auch alle, aber das vergisst man ja alles immer so schnell mit, wir zahlen nicht für eure Krise bis jetzt hin zu Blockupy und transnationaler Vernetzung. Und damit will ich gleich nochmal einen ersten Punkt machen. Wo stehen wir? Ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, wo stehen wir, müssen wir auch Geschichte rekapitulieren und wissen, dass Kämpfe und Auseinandersetzungen immer auch in verschiedenen Intensitäten und verschiedenen Wellen laufen. Wenn wir jetzt auf den 13.07., also den sogenannten Q, gucken und denken, das war natürlich ein dramatisches Ereignis, wir müssen jetzt hier gar nicht schönreden, aber darf man nicht vergessen, dass es auch vorher schon Phasen von Schwäche und Stärke und Welle gab. Also ich finde für die weitere Diskussion und auch für unsere Frustration, die viele von uns haben und Depressionen, die wir auch haben, muss man glaube ich bewegungspolitisch immer auch in Phasen und in gesellschaftlichen Dynamiken denken. Also das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wo stehen wir? Da ist glaube ich im Moment nicht schön zu reden. Der 13.07. hat ein Maß, also eine Artikulation von Ungleichheit und Unfreiheit sozusagen verdeutlicht, die aber auch gleichzeitig ein Zeichen, eine Artikulation der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse ist und deutlicher, glaube ich, konnte es nicht sein und zwar als Reaktion auf eine bestimmte Zuspitzung von Auseinandersetzungen, die sich sozusagen zugespitzt haben am Fall Griechenland. Entschuldigung, so will ich das? Ja? Kannst du kurz vielleicht nochmal was von 13.07. war? Ach, entschuldigt, entschuldigt, ja, ja, entschuldigt, ja. Der 13.07. ist der Tag gewesen oder das war sozusagen der Abschluss einer von vielen Verhandlungsrunden, aber dann auch immer, ihr könnt euch erinnern, wahrscheinlich Ende des Sommers, wo dann mit sehr viel Druck mit der Androhung, also die Banken waren ja eh schon geschlossen, aber mit der Androhung, die Banken permanent schließen und Griechenland in die Zahlungsfähigkeit, die Regierung von Griechenland gezwungen wurde, sich einem dritten Memorandum auf Understanding, also Memorandum, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt, Memorandum, als dritte Memorandum zu unterschreiben, das, was sie ja vorher sozusagen, was Judith hat vorher, oder die Kämpfe in Griechenland vorher sozusagen darauf hingedeutet haben, dass man ein weiteres Memorandum nicht will. Wenn wir gucken, wo stehen wir gerade, müssen wir in Widersprüchen und Ambivalenzen denken, so schwer das auch gerade auszuhalten ist. Es gab eine hohe Solidaritätswelle, die auch durch ganz Europa ging, die aber nicht groß war, das heißt, das, was am 13.07. sichtbar wurde, war nicht nur eine Unterwerfung der griechischen Regierung, sondern auch ein Anzeichen der Schwäche der Linken in ganz Europa. Ich würde sagen, nichtsdestotrotz, es gab eine Welle der Solidarisierung und Solidarität, die es auch am 13.07. sehr stark gab. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, an dem man sich festhalten muss, weil in der Deutlichkeit der Artikulation von Macht und Herrschaft, die am 13.07. stattgefunden hat, ist vielen in Werners Worten eben auch klar geworden, da kommt niemand dran vorbei, wie die Kräfteverhältnisse in Europa sind und was die riskieren, um diese Kräfteverhältnisse auch sozusagen durchzuziehen, also ihre Macht sozusagen durchzuziehen. Mein dritter Punkt zum Stand in Europa, danach gab es sozusagen, ich glaube, es gab eine kurze Phase vor der richtigen Sommerpause, eine kurze Phase von immenser und intensiver Aktivität und Auseinandersetzung, die aber ein, im Nachhinein könnte man sagen, Vorbote zusammen mit der Sommerpause war, in eine bewegungspolitische Diskussion und Nachdenklichkeit, Verunsicherung und ich würde eben jetzt auch sagen, als These in eine Fragmentierung zu fallen, um den Fragmentierung, also Zersplitterung, wie es der weitergeht und das nicht nur in Deutschland oder weniger ehrlich gesagt in Deutschland als in Europa. Viele Bewegungen in Europa wissen, wir müssen uns zusammentun, wir wollen uns zusammentun und Europa, nicht die EU. Europa und darin auch die EU ist ein Terrain von Struggles, also von Auseinandersetzung, den wir auch füllen, in dem wir sind, gegen den wir, durch den wir durchgehen und für den wir ein anderes Europa sozusagen schaffen. Und ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Erkenntnis, das ist auch das, was mir die letzten Jahre viel Kraft gegeben hat, weiterzuarbeiten, obwohl die Machtverhältnisse und Kräfteverhältnisse so sind, wie sie sind, dass neue Akteure, ich würde auch nicht sagen ein einheitlicher Akteur, aber neue Akteure und eine Einsicht in die Notwendigkeit entstanden sind und auch eine Praxis darin entstanden sind, sich zusammenzutun und in der Ungleichzeitigkeit zu versuchen, gemeinsam Ausdruck zu finden und gemeinsame Kristallisationspunkte. Diese Krise, diese Finanzkrise, die sich 2007, 2008 begonnen hat zu entfalten, hat Gesellschaften definitiv in Bewegung gebracht. Und ich denke, der bisherige Höhepunkt an Bewegung, das war das Jahr 2011, das Jahr mit den Platzbesetzungen, also wenn man jetzt auf den europäischen Kontinent schaut, insbesondere in Spanien und in Griechenland, dann aber global natürlich dieser Ausdruck, den es am 15. Oktober 2011 gefunden hat, mit diesen vielen, vielen Protesten, auch in der Bundesrepublik, Occupy Wall Street gab es, all diese ganzen Dinge. Das war, denke ich, bisher der Höhepunkt an Dynamik. Seitdem gab es verschiedene Phasen und ich denke, dass dieses In-Bewegung-Sein noch immer da ist, vielleicht sogar jetzt wieder anschwellend, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das In-Bewegung-Sein nicht nur die gesellschaftliche Linke betrifft, sondern auch die gesellschaftliche Rechte. So, und das betrifft sicherlich gerade aktuell im Moment insbesondere die Bundesrepublik, das ist aber auch in anderen Ländern der Fall. Das heißt, wenn die Frage ist, wo wir stehen, dann beziehen wir Bewegung meistens auf die gesellschaftliche Linke, aber die gesellschaftliche Rechte, die ist eben auch unterwegs, in der Bundesrepublik insbesondere in Form von AfD, Pegida und so weiter und so fort. Und das sind im Moment diejenigen, die die Fähigkeit haben, das politische Spektrum zu bewegen, sprich nach rechts zu ziehen. Und zwar mit einem, ja, hohen Tempo, würde ich sagen, mit einem bedrohlichen Tempo. Zur Austeritätspolitik. Also meine Analyse der Austeritätspolitik ist anders als die von dir, Werner. Ich würde sagen, die Austeritätspolitik funktioniert hervorragend. Das Modell funktioniert hervorragend. Und ich glaube, dass es bei diesem Modell nicht um, naja, eine überzeitliche Stabilisierung von Finanzanlagen geht, sondern es ist vor allem tatsächlich darum geht, die Machtverhältnisse zu restrukturieren in den Gesellschaften, Strukturanpassungsmaßnahmen durchzusetzen und die relativen Machtunterschiede zu vergrößern zwischen dem 1% und den unteren Bevölkerungsschichten. Und das hat bisher hervorragend funktioniert. Dankenswerterweise hat mich die Linksfraktion vor ein paar Tagen eingeladen, um zum Thema Privatisierung in Griechenland bei einer Anhörung zu sprechen. Und wenn man sich da zum Beispiel die Privatisierungen anschaut, die bisher gelaufen sind, der Großteil dessen, was da privatisiert wurde, geht unmittelbar in die Hand von Leuten, egal ob das jetzt Leute mit griechischer Staatsangehörigkeit sind oder nicht, die auf der Vorbissliste der oberen 500 stehen. Das ist sozusagen die Zielgruppe dieser ganzen schönen Privatisierungsmaßnahmen. Das ist gar nicht die 1% und die Leute, die ein paar Millionen auf dem Konto haben, sondern die, die wesentlich davon profitieren, das sind eben die Leute, die auf der Vorbissliste der 500 stehen, der 500 reichsten Personen. Also dieses Modell, denke ich, hat hervorragend funktioniert und dieses Modell wird weiter durchgedrückt. Es wird zunehmend autoritärer, dieses Modell. Und es gibt eben tatsächlich keine Anzeichen bei den Lieten, dass sich da etwas ändert. Das heißt nicht, angesichts einer düsteren Prognose, dass die Hoffnung völlig weg ist, dass sich etwas ändern lässt. Wie gesagt, Gesellschaft und Sittenbewegung, aber die Situation ist ziemlich katastrophal. Es gibt eine frische Studie der Internationalen Arbeitsorganisation, die hat sich Austeritätspolitik mal angeschaut für die kommenden Jahre, insbesondere für das folgende Jahr, 2016 also. Das ist keine Studie bezüglich Europa, sondern global. Und die ILO stellt fest, in 132 Ländern wird es eine Kontraktion der öffentlichen Ausgaben geben. In 132 Ländern. Und deshalb spricht die ILO davon, dass 2016 ein zweiter Austeritätsschock erfolgen wird, angesichts dieser Dynamik der Kontraktion öffentlicher Haushalte. Also dieser Lietenkonsens ist nicht nur ein europäischer, sondern ein globaler. Und mit einer hohen Schlafzahl wird dieses Projekt weiter verfolgt. Und wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der Attacke begründet wurde, dann gab es sehr stark so eine These, dass Herrschaft dann doch irgendwie auf einer Form von Konsens beruht, den sie dann herstellen müssen. Ich glaube, dass wir im Moment an einem Punkt sind, wo diese Notwendigkeit aus der Perspektive der Herrscher nicht mehr wirklich besteht, Konsense zu produzieren, die gesellschaftlich ausstrahlen, sondern dass es darum geht, wenn Sachen durchzusetzen sind, diese durchzusetzen zum Notfall mit autoritären Instrumenten. Und auch wenn wir in Bewegung sind, wir sind, denke ich, noch überhaupt nicht auf einem Niveau, dem zu begegnen. Und die Versuche, die es bisher gab, 2011, die sind erstmal ins Leere gelaufen. Und dann natürlich der wahlpolitische Versuch in diesem Jahr mit CERISA. Und wie das in Spanien und Portugal ausgehen wird, das wird man sehen. Und jetzt muss ich leider aufhören, obwohl ich eigentlich noch was sagen wollte. Nein, später. Wie haltet ihr es mit der EU und mit der Integration? Was heißt das? Ist dieses ganze Projekt von vornherein sozusagen so hoffnungslos neoliberal verseucht, dessen dritter Weg illusorisch ist? Die einzige Antwort nur noch Widerstand gegen das gesamte Projekt sein kann. Also, das ist jetzt sehr zugespitzt, aber in der, das, was Alexis zusammen mit anderen mal in einem Papier aus dem Jahr 2012 formuliert hat, mit der Forderung nach einem Integrationsmoratorium, also Nein zu sagen zu jedem weiteren Integrationsschritt der EU, weil alle Schritte sozusagen immer notwendigerweise in die falsche Richtung führen. Oder wäre ein Weg zurück zu dann ja wohl mehr Nationalstaat, das größere Übel in jedem Fall, gefährlich. Und bleibt nicht ganz anders übrig, als weiterzugehen mit der Integration, aber eben zu versuchen, ihr unsere Richtung zu geben, das, was eben einmal als der dritte Weg bezeichnet wird. Zu sagen, Ja zur EU und der weiteren Integration, aber gegen diese neoliberale Verfasstheit zu kämpfen. Oder, frage ich mich ja manchmal, ist es überhaupt so relevant, auch wenn wir uns die Köpfe heiß diskutieren, wie wir uns dazu positionieren, angesichts der aktuellen Schräfte-Verhältnisse, und weil uns ja eh keiner fragt, oder? Ja. Ich gehe nochmal an Alexis zu, würde dann Werner zu Wort kommen lassen und dann Corinna. Ja. Jetzt meine These wäre in der Tat, dass es eine linke gesellschaftliche Kraft bräuchte, die einen grundsätzlichen Bruch mit dem Eurozonen-System formuliert und weitestgehend mit der Europäischen Union. Wenn man sich die Ereignisse der letzten Monate anschaut, insbesondere das, was in Griechenland passiert ist, ist meine Schlussfolgerung, dass innerhalb der Eurozone es nicht möglich ist, ein alternatives Entwicklungskonzept auf den Weg zu bringen. Noch nicht mal eine mildeste Form von Sozialdemokratie. Gleichzeitig glaube ich auch nicht angesichts der Dominanz der Bundesrepublik in diesem Eurozonen-System, dass es möglich ist, weitgehende Reformen durchzusetzen. Ich glaube, dass die Eurozone ungefähr so reformresistent ist wie die Welthandelsorganisation und der Internationale Währungsfonds. Da hat es auch unendlich intensive Reformdiskussionen gegeben und die einzigen Atempausen, die man hatte, aus einer emanzipatorischen Perspektive, waren dann, wenn diese Institutionen sozusagen blockiert waren. Aber eine Reform, denke ich, ist angesichts dieser institutionellen Verdichtung, die es dann einfach schon gibt, unter Kräfteverhältnisse, selbst wenn man diese punktuell verändern könnte, die Kräfteverhältnisse, letztendlich nicht möglich. Ich glaube, auch nicht unbedingt wünschenswert, wenn man eine langfristige Perspektive hat, einer europäischen Form von Kooperation, bei der es eben vor allen Dingen darauf ankommt, über Verträge auf europäischer Ebene die Handlungsspielräume auf lokaler und regionaler, aber auch nationalstaatlicher Ebene zu vergrößern. Das, finde ich, sollte eigentlich das Ziel sein europäischer Integration, also die Handlungsfähigkeit im Sinne von Gestaltung der Ökonomie. Und das ist genau durch dieses Integrationsmodell eben nicht möglich. Deshalb denke ich, dass ein Aufbrechen dieser Eurozone letztendlich sinnvoll ist, insbesondere auch deshalb nochmal, wenn man sich die Position der Bundesrepublik anschaut in diesem System. Es wurde viel davon geredet, dass es ein deutsches Europa gibt und das würde ich auch voll unterschreiben. Ich habe mir nochmal angeschaut, obwohl ich hierher gekommen bin, wie die, hier habe ich es, die Leistungsbilanzüberschüsse der Bundesrepublik aussehen gegenüber der Südperipherie seit Einführung des Euro. Und das sind 452 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, ein Leistungsbilanzüberschuss. Also sprich, es gibt tatsächlich eine große Transferunion, die läuft aber von Süd nach Nord. Und da werden ganz erheblich Mittel transferiert. Und auch wenn man sich die Entwicklung der Wertschöpfung anschaut, innerhalb der Europäischen Union, aber dann nochmal spezifisch der Eurozone, dann saugt die Bundesrepublik quasi wie ein Staubsauger Wertschöpfung aus den Ländern der Peripherie heraus. Also so einen Prozess umzukehren innerhalb einer Eurozone, selbst wenn es jetzt Transfers gebe in Nord-Süd-Richtung, würde nicht dazu führen, dass irgendwie eine eigenständige und damit auch irgendwie demokratiepolitisch gestaltbare Entwicklung in der Südperipherie möglich ist. Und deshalb glaube ich, dass ein Bruch notwendig ist. Auch wenn man sich die Entwicklungsdynamik der Europäischen Union als Ganzes anschaut, die Entwicklungsdynamik ist sehr, sehr autoritär. Jenseits der Troika, die ja geschaffen wurde, wurden eine ganze Reihe von Verträgen an den Start gebracht im Zuge der Eurozonenkrise, europäisches Semester, Europlus-Pakt, Two-Pack, Six-Pack, Fiskalpakt. Im Moment wird diskutiert über eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion anhand des sogenannten Fünf-Präsidenten-Papiers. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, da wird eben skizziert eine weitere Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion hin zu einem System, was ich Troika für alle nennen würde. Glücklicherweise sind einzelne Punkte schon auf Kritik gestoßen, zum Beispiel das DGB, nämlich die sogenannten Wettbewerbsräte oder Räte für Wettbewerbsfähigkeit, wie auch immer sie genau heißen, die tief eingreifen sollen, in die Tarifautonomie und Leitlinien errichten sollen, damit eben die Lohnfestlegung nicht mehr so zwischen diesen beiden Akteuren, die in der Bundesrepublikanischen Verfassung dafür zuständig sind, passiert, sondern eben anhand bestimmter Wettbewerbskriterien, die am Weltmarkt letztendlich orientiert sind, sprich entweder Stadt-Nationen von Löhnen, darauf würde es hinauslaufen, oder Absenkungen von Löhnen. Es gibt eine massive autoritäre Entwicklung und ich glaube nicht, dass es insbesondere für die Länder der Peripherie und ich würde jetzt einfach mal Frankreich dazuzählen, obwohl es eigentlich ein Kernstaat ist, sinnvoll ist, darauf zu warten, dass sich im Zentrum tatsächlich etwas verschiebt, sodass andere Handlungsspülräume möglich sind, sondern ich denke, dass es ganz gut ist, Lehren zu ziehen aus dem, wie in anderen Situationen umgegangen wurde, in denen es eine Dominanz gab durch einen Akteur, dann war es nämlich meistens eine Absetzbewegung. Das hat man in Lateinamerika gesehen, gegenüber den USA, das hat man zu Kolonialzeiten gesehen, gegenüber den Kolonialmächten, durch die Kolonisierten. Und wenn man genau hinhört, zumindest in Griechenland ist es so, dass die Frage der Austeritätspolitik zunehmend verhandelt wird in einer Sprache der Befreiung, also vor so einer antikolonialen Brille. Und ich glaube, dass da eine Menge dafür spricht, dass es sinnvoll ist, sich diese Brille aufzusetzen. Und deshalb denke ich, ich komme zum Schluss, genau, und deshalb denke ich, dass es sinnvoll ist, eine gesellschaftliche Linke zu entwickeln, die für einen grundsätzlichen Bruch eintritt, weil ich glaube, sonst Folgendes passiert, was meines Erachtens in Frankreich gerade unterwegs ist, eine Entwicklung, die zunehmend darauf hinausläuft, das ist auf der einen Seite, die Globalisten hat, beziehungsweise Europäisten, und dazu gehört eigentlich fast das gesamte politische Spektrum, und dann aber auf der anderen Seite, die Souveränisten, die durch Le Pen repräsentiert werden und beginnen, dadurch, dass Le Pen auf die soziale Frage zunehmend spielt, die Gesellschaft, die Linke, die es eben gibt, zunehmend auszuhöhlen. Und die so eine Position zunehmend zu formulieren, wie die unteren Klassen sozusagen zu repräsentieren scheint, gegenüber von Europäisten und Globalisten. Das wäre eine Katastrophe, wenn so eine Polarität unsere Gesellschaft nominieren würde, und ich glaube, da braucht es eben eine ganz andere Position, und es wäre, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn der Tag da eine Rolle spielen würde, diese zu entwickeln. Punkt. Du hast gesagt, Autoritätspolitik funktioniert, weil sie, so deine Einschätzung, in erster Linie auf die Stabilisierung, beziehungsweise auf die autoritäre Stabilisierung und Vergrößerung, Verstärkung der Kräfteverhältnisse zielt, der Absicherung der Machtverhältnisse. Genau diese Analyse teile ich nicht. Wir haben eine Situation, in der im Jahr 2013 weltweit ein Bruttosozialprodukt von etwa 75 Billionen US-Dollar produziert worden ist. Das Bruttosozialprodukt ist nicht identisch, das wisst ihr alle, mit der Masse der Güter und Dienstleistungen, die produziert worden sind, sondern nur mit der Masse der Güter und Dienstleistungen, die verkauft worden sind, was nicht gekauft und verkauft worden ist, geht dann nicht ein. Und manches wird mehrfach verkauft und geht dann mehrfach ein. Insofern muss man vorsichtig sein, dies, wie es manchmal oberflächlich geschieht, einfach als Realwirtschaft zu bezeichnen. Und wir haben auf der anderen Seite den gesellschaftlichen Reichtum, gibt es im Kapitalismus ja immer, das gibt es in zweierlei Formen. Einmal in der Form der Güter- und Dienstleistungen und zu zweitem in der Form eines des Wertes, korrekt gesprochen oder ökonomisch unsauber und legt mich darauf jetzt bitte nicht fest, in einer Preis- oder Geldform. Und dafür ist das Maß, dass man dafür heranziehen kann, das Finanzvermögen und das war im Jahre 2013 280 Billionen US-Dollar. Also etwa das Vierfache des weltweit produzierten Bruttosozialprodukts. Der Zweck der Austeritätspolitik besteht darin, dafür zu sorgen, dass diese 280 Billionen US-Dollar Finanzvermögen als ihren Besitzern, als reales Kapital, als reale Reichtum erscheinen. Das ist gültiger Reichtum, völlig klar. Jeder kann hingehen und von diesen 280 Billionen die drei oder fünf Milliarden, die ihm gehören, da rausnehmen und damit, wo weiß ich, eine Erdöl-Raffinerie bauen und Öl verkaufen. Das funktioniert. Das dürfen nur nicht allzu viele gleichzeitig machen, dann funktioniert es nicht mehr. Denn tatsächlich, obwohl es gültiger Reichtum ist, dieses Finanzvermögen, ist es zuallererst ein Anspruch auf Reichtum. Und damit daraus realer Reichtum wird, müssen Leute dafür zahlen. Dafür zahlen die Menschen, indem der Produktivitätsfortschritt der letzten 40 oder 50 Jahre praktisch ausschließlich in die Hände der Kapitalbesitzer bekommen ist. Dafür zahlen die Menschen in den Ländern der dritten Welt seit spätestens 1982 mit der Schuldenkrise, wo seither die Schulden in absoluter Summe sich mehr als verdoppelt haben, obwohl sie mehr als dreifach zurückgezahlt worden sind. Und dafür zahlen in Europa die Menschen inzwischen mit der Austeritäts- und Privatisierungspolitik. Dafür haben in Osteuropa die Menschen bezahlt mit der Übernahme der gesamten Industrie durch die westlichen Konzerne für einen Appel und ein Ei. Diese ganzen Prozesse laufen und diese ganzen Prozesse reichen nicht, um die 280 Billionen US-Dollar Finanzvermögen zu verwerten, also dafür zu sorgen, dass nach jeder Investition eine größere Summe zu ihren Besitzern zurückgeht. Und dies sicherzustellen, das ist der entscheidende Punkt. In der Krise 2008, im Herbst 2008, im letzten Quartal 2008, verschwinden von damals 210 Billionen Finanzvermögen. Weltweit in drei Monaten 30 Billionen. Am Ende 2008 sind noch 175 Billionen da, im September waren es 210. 30 Billionen. Und am Ende des Jahres 2009 sind wir wieder auf 210 Billionen Finanzkapital. Das ist der Zweck der Politik, diese 30 Billionen wieder herbeizuschaffen für ihre Besitzer. Und wenn man die Krise so definiert, dann haben wir in der Europäischen Union ein Modell vor uns, das wir in zweierlei Weise betrachten müssen. Es ist das eine, wie sie versuchen, Krisenpolitik zur Hand haben und damit muss man brechen. Damit muss man unbedingt brechen. Deshalb ist es notwendig und richtig, diese, auch von dir genannten, autoritären Stabilisierungsmaßnahmen zurückzuweisen und in gar keiner Weise sich davon beeindrucken zu lassen. Es ist notwendig und richtig, wie Jörg Bischof das vor zwei Wochen, glaube ich, in Neuenddeutschland formuliert hat, ein demokratisches und soziales Europa, das mit der neoniberalen Logik des Maastrichter Vertrags und allem, was da hinten dran hängt, bricht, zu fordern. Das ist richtig. Falsch ist es, aus meiner Sicht, zu glauben, man könne einen Bruch mit der Europäischen Union organisieren, der nicht rechtskonnotiert wäre und der nicht von den politischen Strömungen, die du eben Souveränisten genannt hast, vereinnahmt wurde. Es hat noch nie funktioniert, dass ein Integrationsprojekt aufgelöst worden ist, von mehr Integration hin zu weniger Integration, ohne dass das dramatische, politische, gesellschaftliche und in der Regel auch militärische Verwerfungen hatte. Ich weiß, dass die Frage mit der Friedensfunktion der Europäischen Union gleich noch kommt, deshalb gehe ich an der Stelle da erstmal nicht weiter drauf ein. Ich finde es aber wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Anrecht auf das Original in der Frage weniger auf europäische Integration, mehr nationale Möglichkeiten eigener Politik zu betreiben. Das Original einer solchen Position ist rechts. Und wer das versucht, diese Idee von links zu bedienen, darf sich nicht wundern, wenn er von rechts dafür Missbraucher wird. Es kann kein Integrationsmoratorium geben. Das Moratorium müsste von den herrschenden Eliten durchgeführt werden. Ich habe eben gesagt, es gibt keine Gegeneliten. Es gibt kein gegenelitäres Projekt. Die Herrschenden in der Europäischen Union, die Eliten in der Europäischen Union stehen an einem Punkt, in dem sie von ihrem autoritären Modell der europäischen Integration so nicht wieder runterkommen. Ich komme zum allerletzten Punkt, genau. Und dies führt zu konkreten Lebensbedingungen, Alexis, du hast das völlig richtig beschrieben, führt zu konkreten Lebensbedingungen, die in großen Teilen der Peripherie und inzwischen auch für viele, viele Menschen in den Zentralländern der Europäischen Union kaum noch lebbar sind. Das ist ganz eindeutig so. Und das erinnert mich ganz massiv an die Situation, die Marx und Engels im Kommunistischen Manifest beschreiben, wenn sie sagen, wenn sie die Lage der Arbeiterklasse damals beschreiben und sagen, das sind zum großen Teil Leute, die von der Generation oder von der halben Generation noch im Dorf gelebt haben und da ging es ihnen besser. Und die trotzdem wortwörtlich formulieren und trotzdem wollen wir Kommunisten nicht zurück zur Idiotie des Dorflebens. Weil der nicht nach hinten kein Fortschritt zu erwarten ist. Der Fortschritt kann nur im Durchgang durch dieses reaktionäre autoritäre Projekt auf der anderen Seite davon liegen, weil auch was richtiges darin liegt. In der Bewegung der Arbeiterklasse damals das Richtige aus den Zwängen der Standes- und der Dorfgesellschaft herauszukommen und bei der Europäischen Union das Richtige aus den Zwängen des Nationalismus und der dörflichen Kleinkarriert herauszukommen. Der 13. 7. ist ein Ausdruck und müssen wir auch verstehen als ein Ergebnis der Schwäche der linken und progressiven Kräfte in Europa. Insofern stellt sich für mich die Frage, muss ich mir die Frage stellen, EU abschaffen oder nicht, oder so, weil wer sollte sie abschaffen und in welchen Kräfteverhältnissen denken wir das eigentlich das abzuschaffen. Da brauche ich ja nur auf Deutschland zu gucken. Was hieße denn, also wie sind die Kräfteverhältnisse hier, ich meine jetzt von links und progressiv gesprochen und ich gehe vielleicht sogar bis zu den Sozialdemokraten, also macht das gesellschaftliche, dieses oppositionelle Lager größer, was ich finde ich auch um den 13. 7. gezeigt hat, aber das reicht ja überhaupt nicht aus, würde doch gar nicht ausreichen, um sozusagen den rechten Euro-Kritikern und Kritikerinnen der Kampagne, die in anderen Ländern noch sehr viel stärker ist, sozusagen viel das Feld wegzunehmen, eine andere Interpretation sozusagen durchzusetzen. Also insofern stelle ich mir die Frage, ist das nicht eine, ich sag mal, die EU-Kritik, die haben wir, die Kritik an der EU, an dem autoritären, neoliberalen Charakter, haben wir die letzten Jahre sehr genau und immer wieder sowohl in Wir zahlen für eure Krise als auch bei Blockupy als auch in anderen Aktionsformen in Brüssel und so weiter formuliert, auf den Plätzen in Spanien und in Griechenland. Also die Kritik ist nicht neu, die Kräfteverhältnisse sind so deutlich geworden am 13. Siegten, dass ich mich eher frage und das fände ich nachher Teil einer Diskussion, wie man sowas strategisch eigentlich machen könnte, wenn man das ernsthaft will, dass es eine grundlegende, erfolgreiche sozusagen Dismantling, also Ablösung, Auflösungskampagne der EU geben würde, die progressive diese Wirkung hätte. Zweiter Einwand und da komme ich gleich nochmal zu einem positiven Punkt glaube ich oder einem anderen Dreh, ist aus der Perspektive Deutschland, was hieße denn da die EU in Frage zu stellen, das fragt jetzt gar nicht von rechts, sondern was hieße denn mehr staatliche Souveränität für Deutschland zu haben und so weiter, also ein starker Staat innerhalb von Europa, also ich verstehe ganz genau, also ich verstehe das, wenn in Spanien und Griechenland die Frage nach Euro austritt und Brexit und so weiter gestellt, also Austritt aus dem EU-Rau, aus der EU aber auch aus, aber ich verstehe gar nicht, wie man das aus der Perspektive Deutschland, eines der stärksten Länder, eines derjenigen, die die EU ja über Bande sozusagen auch so vorantreibt, wie sie das macht und das natürlich auf einer nationalen Ebene genauso macht, als ich mal das denken kann, da würde ich gerne einfach eine Antwort machen. Ich würde jetzt gerne noch mal zurückdenken, mich weg, nicht weg von einer EU-Frage. Ich möchte gerne noch mal das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das Erfolgreiche der letzten Jahre finde, nicht erfolgreich im Sinne von großen Wirkungen, aber erfolgreich, dass wir, soziale Bewegungen, linke und progressive Kräfte in Europa, Europa und nicht nur die EU, als Terrain von Kämpfen und Auseinandersetzungen verstanden haben, indem wir zusammen agieren. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, dieses Europa als Terrain von Kämpfen, indem wir zusammen agieren, indem wir auch ein neues Europa immer wieder praktizieren, das sozusagen angehen und wir sollten uns nicht in der jetzigen Situation aufreiten in der Frage, wie halten wir es mit der EU, weil die EU ist auch nicht unser Projekt in der Form, in der es es gibt. Insofern, ich mache ja auch keine Kampagne, auch wenn ich den Nationalstaat zutiefst ablehne, den Deutschen sowieso, aber mache ich ja jetzt keine Kampagne gegen die Einrichtung eines deutschen Nationalstaats, weil ich das, weil ich natürlich finde, in der längsten Perspektive meiner Kämpfe löst sich vielleicht dieser Nationalstaat auf, aber damit kann ich keine Kampagne beginnen, die versucht, ein anderes Europa, ein Europa der Konflikte, der Kämpfe, der Auseinandersetzung, der Verdichtung an bestimmten Punkten zu entwickeln und weiter voranzutreiben. In diesem Papier, das ich vorhin schon angesprochen hatte, von 2012, das war letztes mit Peter Wahl, Andreas Zuzan aus dem Wissenschaftlichen Beirat und ich glaube auch Steffen, Spiele? Ne, nicht? Okay, also diese Reihe geschrieben hat, da gibt es eine Aussage, die friedenspolitische Mission der europäischen Integration ist erfüllt, ein Krieg zwischen Mitgliedsländern heute undenkbar. Als Legitimationsressource für die weitere Integration ist das Argument erschöpft. Ich frage mich, ist das wirklich so? Kann man das so sagen? Gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen in und um die EU herum? Also sicherlich ist es so, dass im öffentlichen Diskurs oft die Europäische Union mit einem Friedensprojekt in Verbindung gebracht wird. Die Europäische Union hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Da gab es ja im Vorfeld einen großen Schreit, wer nimmt den eigentlich entgegen? Und das Ergebnis war Martin Schulz, Juncker und wenn da die dritte Person machen, machen das zusammen. Juncker darf die Urkunde nehmen und irgendwas sagen, der andere darf die Urkunde halten und Martin Schulz kriegt die Medaille oder irgendwie sowas, damit eben alle drei auf dem Foto sind der Ferien des Friedensnobelpreises. Also ich würde die Geschichte des europäischen Kontinents im 20. Jahrhundert so interpretieren, dass die Tatsache, dass nach 1945 kein militärischer Konflikt oder kaum militärische Konflikte auf dem Kontinent stattgefunden haben, im Wesentlichen in dem Ost-West-Konflikt begründet liegt und sozusagen der Stillstellung von heißen Auseinandersetzungen. Außerdem waren zentrale Akteure beschäftigt damit, militärische Auseinandersetzungen sozusagen zu exportieren oder waren da drin verwickelt mit ihren Kolonialkriegen, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, die da versucht haben, ihr Kolonialreich zu retten und so weiter und so fort. Von daher würde ich sagen, das war das zentrale Moment. Natürlich war die nicht Europäische Union, weil die gab es im Wesentlichen noch nicht, die größten Teile der zweiten Hälfte nicht, die Europäische Gemeinschaft oder Vorgängerstrukturen. Diese Strukturen hatten durchaus auch mit einem Beitrag, aber der fiel nicht so ins Gewicht, wie eben aus Best-Konflikt-NATO, die sozusagen das alles stillgestellt haben, was da vielleicht noch möglich gewesen wäre, ohne diese Dynamik. Plus, glaube ich, ist es auch eine, ja, so eine, fast eine propagandistische Aussage, dass eben die entsprechenden Institutionen da so einen großen Anteil hatten. Ich denke, dass auch einfach nach 1945 einen großen Anteil für Aussöhnung und so weiter zivilgesellschaftlich Auseinandersetzungen, Bewegungen hatten, die eben die Versöhnung vorangetrieben haben als ein weiterer Moment zum Beispiel und eben nicht die europäischen Institutionen per se, die dann geschaffen wurden. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Europäische Union sich zu einem Imperium entwickelt, es werden zunehmend militärische Kapazitäten aufgebaut, entwickelt, Einsätze mitgeplant, wie jetzt zum Beispiel die Bekämpfung von Schleppern. Es gibt eine Dynamik hin zu einer europäischen Armee, also es gibt eine intensive programmatische Diskussion auch in der europäischen Sozialdemokratie. Also das ist eher die Dynamik, dass ich sagen würde, es läuft sozusagen auf ein Imperium hinaus, was eben militärische Konflikte exportiert und an den Rändern sozusagen durchführt. Also ich sehe tatsächlich diese EU als das Friedensprojekt sowohl historisch nicht als auch in Zukunft nicht. Und ich meine, wie soll man sich das vorstellen? Also wenn ich tatsächlich Portugal und Griechenland gemeinsam entscheiden würde, aus der Eurozone rauszutreten, glaube ich kaum, dass sozusagen nationalstaatlicher Konflikt dann ein Thema wäre im Sinne von die Bundeswehr besetzt diese Länder, sondern wenn wäre es eine Auseinandersetzung, die sich innerhalb eines EU-Militarisierung plus NATO sozusagen entspannen würde, um das mal irgendwelche Horrorszenarien zu zeichnen. Also von daher glaube ich, dieses Argument trägt kaum für eine starke Begründung, warum dieser EU-Integrationsprozess weiterlaufen muss. Und um noch mal ganz kurz auf Werner einzugehen, Ursprünge von einer Europäischen Union, also Moment, ja, Ursprünge der Europäischen Union, die auf mehr Integration hinausläuft, sozusagen vor allen Dingen als Link zu skizzieren und Projekte, die eher Handlungsspielräume auf nationalstaatlicher Ebene wiedergewinnen wollen, das so mit Rechts-Links zu kontrastieren, ich glaube, das ist nicht möglich, so wie du das polemischerweise getan hast. Es gibt nämlich eine ganz schöne Äußerung von Friedrich August von Hayek an der Säulenheiligung des Neoliberalismus und der hat gesagt, das entscheidende Problem in Europa, ich glaube, das war im Jahr 1938 oder 1939, das ist die Volkssouveränität, sprich die Möglichkeit von Parlamenten, Wirtschaftspolitik zu machen. Und das muss weg und deshalb braucht man europäische Integration. Also dieses Rechts-Links-Schema, das funktioniert so nicht, so wie du es polemisch versucht hast zu skizzieren, sondern ich denke, das ist wesentlich komplexer, die Herausbildung der Idee von europäischer Kooperation. Ich glaube auch nicht, das wäre eine ganz wichtige These von dir, dass man sozusagen durch eine vertiefte Integration inklusive, und das gehört ja dazu, weiterer Ausformung von Binnenmarkt und weiterer Kapitalkonzentration sozusagen durch muss, um ganz am Ende dann bei etwas anderem herauszukommen. Nein, also ich glaube, systemkritische Bewegungen und meinetwegen tendenziell auch antikapitalistische Bewegungen, die müssen eben versuchen, das Kapital einzuheben, unmittelbar auf möglicher Ebene und eben nicht sozusagen, man muss durch diesen ganzen Prozess hindurch. also das ist sehr marxistisch gedacht, an der Stelle würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich kein Marxist, so wie du das offensichtlich bist, sondern ich glaube, dass meine Kapitalkritik da wesentlich fundamentaler ist, um jetzt doch nochmal einen historischen Ausflug machen zu müssen, an dieser Stelle, der ist nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, dass die Herausbildung des Kapitalismus eine Reaktion war auf emanzipatorische Bewegungen, die etwas anderes möglich gemacht hätten, und das sozusagen das emanzipatorische Potenzial, was Marx auch im Kapitalismus gesehen hat, so eigentlich gar nicht existiert, sondern ganz im Gegenteil. Das ist aber nur so ganz grundsätzlich, aber deshalb, weil es die Implikationen hat, die Gegenwart, glaube ich, ist dieser Weg auch falsch. Ja, das kommt raus. Noch mal eine kurze Antwort, bitte. Stimme völlig zu, dass die Frage, inwieweit die Europäische Union eine Funktion darin hat, Krieg zwischen den europäischen wesentlichen Hauptmächten zu verhindern, heutzutage keine besonders aktuelle Frage ist. Ich stimme auch zu, dass die Rolle der Europäischen Union beziehungsweise ihre Vorläufergemeinschaften an diesem Punkt von der tatsächlichen Bedeutung her normalerweise politisch überschätzt wird, auch wenn es politisch für die Menschen in Deutschland und Frankreich, ich bin ja nun in einer Generation aufgewachsen, wo die Kriegsgeneration und die für den, also die Generation, die den Krieg auf dem Feld hat führen müssen und die Generation, die den Krieg politisch zu verantworten hatte, noch politisch sehr aktiv waren und dieses Land gestaltet haben. Und in meiner Jugend, ich habe mit Leuten in einem ähnlichen Alter wie ich häufig darüber gesprochen, war das schon so, dass für eine ganze Menge Leute, die friedenspolitisch engagiert waren und die Antikriegspositionen vertraten, es eine extrem wichtige Erfahrung war, dass die früheren Kriegsgegner jetzt in den 50er und 60er Jahren begannen sehr eng zusammenzuarbeiten. Und ich glaube trotzdem, dass du, Alexis, recht hast, wenn du sagst, das wird von der realen Bedeutung her überschätzt. Das ist auf der politischen, mentalen Ebene wichtig, aber von der realen Bedeutung her wird das überschätzt. Nur, ist das überhaupt die Frage, um die wir diskutieren müssen? Es gibt diesen wunderschönen Satz von Kant, der sagt, es gibt Fragen, auf die zu antworten ist, wie wenn einer den Bock wält und der andere das Sieb runterhält. Und dies hier scheint mir eine solche Frage zu sein. Es geht nicht darum, ob die Europäische Union heute die Funktion hat, Kriege zwischen ihren Hauptmächten zu verhindern. Auf diese Frage zu antworten, ist müßig, weil sie sich so nicht stellt. Es stellt sich aber die Frage, was ist es denn eigentlich für ein Interesse, das in der Europäischen Union organisiert wird. Und organisiert wird in der Europäischen Union das Interesse der europäischen Exportbourgeoisie, übrigens nicht Deutschlands. Sondern der Europäischen Exportbourgeoisie, das Interesse der Europäischen Exportbourgeoisie auf Zugang zur Welt wird. Niemand wird Exportweltmeister werden und bleiben können, wenn er in fremder Währung seinen Außenhandel abrechnen muss. Der entscheidende Punkt für die europäische Exportbourgeoisie ist der Euro. Und den werden sie mit Zähnen und Klauen und auch militärisch verteidigen. Da geht es nicht, wie du das versucht hast, zu banalisieren, Alexis, darum, ob Portugal und Griechenland den Krieg miteinander anfangen. Sondern da geht es darum, ob eine Disintegration der Europäischen Union nicht ihre Existenz als friedensmachendes Quatsch. Ob eine Disintegration der Europäischen Union den Zugang der Europäischen und da vor allem der Deutschen Exportbourgeoisie zu Weltgeld beschneidet oder nicht. Und wenn die Gefahr entsteht, dass dieser Zugang beschnitten wird, dann passiert, was Helmut Kohl im Interview 1997 schon eindeutig und unmissverständlich erklärt wird. Da sagte er nämlich in einer kurzen Debatte, ob der Euro doch nicht eingeführt werden soll. Da sagte Kohl im Interview wörtlich, die Frage der Einführung oder Nicht-Einführung des Euro setzt die Frage von Krieg und Frieden in Mitteleuropa wieder auf die politische Tagesordnung. Darum geht es. Jeder, der ein Disintegrationsprojekt in der Europäischen Union vorstellt, das den Zugang zu Weltgeld der Europäischen und Exportbourgeoisie in Frage stellt, muss sich bewusst machen, dass dieser Kleckergeschichtchen, um die es da interessenmäßig in Jugoslawien ging und die wirklich nicht großen ökonomischen Interessen, um die es bei der Disintegration der Sowjetunion ging, schon mit massiven Kriegen ausgefochten worden sind und dann wollt ihr wirklich glauben, man könne der BRD-Bourgeoisie, den Exportorientierten Teil der BRD-Bourgeoisie den Zugang zu Weltgeld nehmen, ohne dass die sich wehren? Wie naiv muss man eigentlich sein? Werner, da muss ich aber noch mal einhaken an dieser Stelle, weil ich meine, das ist ja immer so. Also, in Chile war das natürlich auch so, dass dort eine massive Reaktion kam, inklusive Putsch, weil versucht wurde, eine Form von lateinamerikanischen Sozialismus zu entwickeln. Natürlich, in letzter Instanz reagiert die Bourgeoisie auch militärisch und hat auch eine faschistische Karte. Aber man kann es doch nicht auf dieses Spiel sozusagen einlassen, also auf dieses Mafia-Spiel, genau, wir versichern jetzt deinen Laden und du musst uns etwas zahlen und wenn du irgendwie da nicht mitmachst, dann eint der eben ab und dann sagt man, ja klar, weil du mich eben bedrohst, zahle ich natürlich, also müssen wir diesen Weg mitgehen. In dem ganzen Gegenteil, also natürlich muss man versuchen, die Dinge zu ändern, auch wenn man den Hinterkopf haben muss, dass historisch diese Möglichkeit immer existiert, aber das ist ja irgendwie nichts Neues, das ist irgendwie kein plausibles Argument, als sozusagen an dem Euro festzuhalten, weil irgendwann die Drohung besteht, dass dann so entsprechend reagiert wird. Das ist bei jeder gesellschaftlichen Veränderung so. Es geht nicht nur um Mitspielen, es geht darum zu wissen, zu wissen, in welchem Spiel man sich befindet und ein Satz, wie ihr in dieses Papier hineingeschrieben habt, macht offensichtlich, dass ihr keine Sekunde darüber nachgedacht habt, in welchem Spiel ihr seid. Nee, das tun wir natürlich nicht, darüber nicht nachzudenken. Eine ist Quo Vadis Europa, das andere ist ja, ganz schlecht verteilen, also wie geht es mit uns hin? Wie kommen wir da hin? Wir haben jetzt über Inhalte gesprochen, aber wie kommen wir denn überhaupt da hin, wo wir hin wollen? Und machen auch noch einen Sprung, es ist ein Bruch, scheinbar, oder auch nicht, das ist genau die Frage. Was bedeutet denn diese sogenannte Flüchtlingskrise in Bezug auf die EU? Wir haben jetzt viel über Austerität geredet, im Moment dominiert ja eine ganz andere Debatte, wenn über die Europäische Union gesprochen wird und in den Medien wird dann auch ganz oft jetzt schon gesagt, ja, daran könnte die EU zerbrechen und damit ist diese sogenannte Flüchtlingskrise, das ist ein furchtbares Wort, weil ich nicht immer frage, wer hat das hier eigentlich, diese Krise? Was die Austeritätspolitik ja auch immer nicht geschafft hat in der öffentlichen Debatte, in der veröffentlichen Debatte, das schafft diese sogenannte Flüchtlingskrise, sie bringt angeblich Europa an den Rand und droht Europa auseinanderzutreiben. Wie hängt das denn alles zusammen? Frau Gönner, möchtest du anfangen? Was ich sehr interessant finde, sowohl auf Europa bezogen als auch dann auf Deutschland bezogen, dieses massive Einsetzen, von Menschen, von Kollektiven, von Gruppen, von Bewegungen, aber auch neuen Initiativen und zwar überall, auch in Ungarn und in Serbien und in Griechenland sowieso, ohne die Initiativen in Griechenland werden da schon viele Flüchtlinge sozusagen verhungert, das Einsetzen für eine grenzüberschreitende Solidarität, das wäre nicht ein total wichtiger Punkt für einen Kampf für ein anderes, lebendiges, lebenswertes Europa und das haben die Leute ja bevor Merkel sozusagen ihre Worte da gesprochen hat, auch ohne sie gemacht, also sozusagen aus eigener Initiative und aus einer, wenn man sich Studien anguckt, also ich kenne jetzt nur Studien aus Deutschland und nicht aus anderen Ländern, das haben sie gemacht und viele von euch ja wahrscheinlich auch und wir auch aus einer massiven Kritik an dem staatlichen Versagen und an dem, wenn man mal Europa als Staat denkt, an dem Staat Europa Versagen sozusagen und da gab es eine Möglichkeit zu handeln, das heißt, ich glaube, wir müssen das Handeln und das gemeinsame Handeln und das solidarische Handeln stark, nicht nur stark machen, sondern denken und festhalten in all der Auseinandersetzung, also wir wollen handeln, Leute wollen handeln, wir wollen solidarisch handeln. Ja, also ich bin total beeindruckt davon, was an Solidaritätsaktionen, auch an karitativen Aktionen passiert und wie das alles transnational organisiert ist, das ist unglaublich großartig. Bevor ich im Sommer am Urlaub gefahren bin, war ich bei einer Kleidungssammelaktion beteiligt in Frankfurt und dann ich Urlaub gefahren nach Griechenland und in Thessaloniki angekommen, am selben Abend gab es eben eine Soliparty, um Gelder zu sammeln, um die Leute zu unterstützen mit Nahrungsmitteln, die von Griechenland nach Makedonien übertreten, also das war wirklich ganz, ganz beeindruckend. Genau, wenn ich versuche, zusammenzuzählen, ich versuche jetzt diese Flüchtlingsgeschichte, das ist eben vor allen Dingen eine Rassismus- und Faschismuskrise, die dort abläuft und eben keine Flüchtlingskrise, das ist das Problem, dieser rassistische Diskurs, der sich da entspannt hat, ich würde sozusagen, das sind die Früchte eben von neoliberalen Umstrukturierung der Gesellschaft, also das, was jetzt sozusagen die organisierten faschistischen Kader ernten, das sind eben die Früchte, die Hartz IV und andere Dinge hervorgebracht haben, beziehungsweise auch die Unfähigkeit des Staatsapparates, so wie er strukturiert ist, insbesondere auch im Osten für andere Verhältnisse zu sorgen, eben auch aufgrund von neoliberaler Doktrin. Da ist tatsächlich was in Bewegung von links, alles, was unter Willkommenskultur läuft, hinzu kommen diese ganzen großartigen Mobilisierungen, die es gegen Pegida, AfD und gegen diesen anderen ganzen Kram gibt, der sich da trifft, pro NLW, die Rechte und so weiter und so fort. Das sind also zwei Punkte, bei denen die Gesellschaft im Moment massiv in Bewegung ist und das ist fantastisch. Als dritter Punkt gibt es eben TTIP, was viele Leute mobilisiert und das finde ich, das ist etwas Bemerkenswertes, weil seit 2007, 2008 war die gesellschaftliche Linke nicht so auf der Straße wie in diesem Jahr. Das ist beeindruckend und zwar täglich bei diesen ganzen Willkommensgeschichten an fast jedem Wochenende oder teilweise eben auch unter der Woche bei irgendwelchen Pegida-Zeugs und dann eben diese, keine Ahnung, 200.000, 250.000 Menschen in Berlin. Das Problem ist, ist, dass sich aus diesen ganzen Geschichten bisher kein anti-meo-liberales Projekt bisher geformt hat oder dass man das bisher nicht versucht hat und an der Stelle würde ich gerne noch mal etwas zur TTIP-Demo sagen, weil das mir strategisch als wichtig erscheint. Was an diesem Tag in Berlin mit diesen ungefähr 200.000 Menschen auf der Straße war, das war letztendlich die Mosariklinke, wie haben sie Oran und andere versucht haben. Ich sage das bitte ganz kurz, weil es geht ab von der Zeit. Also diese gesellschaftliche Mosariklinke oder die gesellschaftliche Linke war eben auf der Straße. Es gab noch nie eine Demo zu der BGB, Umweltverbände, Kirchen und plus alle möglichen anderen Gemeinden aufgerufen haben und was eben nicht spürbar war tatsächlich sozusagen ein Funke, etwas Überschüssiges, was es eben möglich macht, das politische Spektrum nach links zu ziehen. Das ist ein ganz großes Problem. Da muss also noch etwas hinzu und das tatsächlich passiert. Das Problem ist, Pegida hat diesen Überschuss. Also wir haben sozusagen als Furchtlinie ein rassistisches, faschistisches Gesellschaftsmodell, das irgendwie funktioniert im Sinne von Gesellschaft nach Recht zu verschieben. Ich glaube aber, dass im Kontext von TTIP noch Möglichkeiten bestehen, aber auch diese ganze Willkommenskulturgeschichte, wenn nämlich irgendwie klar ist, dass es diese Probleme gibt bei der Versorgung, hängt ja vor allem mit der neoliberalen Stadt zusammen, wie sie eben strukturiert ist. Und wenn da eben mehr passiert, nicht nur eben Willkommenskulturpflichtgänge, sondern Stadt für alle, sozusagen als Motto und als Bewegung, die sich daraus vielleicht herausentwickeln lässt, dann könnte eine ganze Menge passieren und dann lassen sich vielleicht auch Funken schlagen. Ich stimme ganz, ganz weit dem fast allem zu, was Corinna und Alexis gesagt haben, will aber noch kurz ein, zwei andere Punkte machen. Warum hat denn Frau Merkel sich öffentlich so geäußert, wie sie sich geäußert hat? Warum, was ist denn Ihr Interesse, dass so eine große Zahl von Leuten herkommt? Es ist ja bemerkenswert, dass im deutschen offiziellen Diskurs, anders als Anfang der 90er Jahre bei Abschaffung des Asylrechts, die rassistische Note im offiziellen Diskurs nicht da ist oder erst spät hineingekommen ist durch Seehofer jetzt. Das war Anfang der 90er Jahre vollkommen anders. Da war die rassistische Position von Anfang an die Begleitmusik dieser ganzen Kampagne bis weit in die SPD hinein, einschließlich nach vorne. Warum will also Frau Merkel diese Leute hier haben? Das ist sehr einfach zu beantworten. Wir haben das hier mit Menschen zu tun, die nicht nur auf der untersten materiellen sozialen Versorgungsebene, sondern bis in die Spitzenbereiche hinein die Arbeitsmärkte unterschichten werden. Das sind jetzt nicht nur unausgebildete Leute, die als Putzfrauen arbeiten werden, sondern da sind Chefärzte bei und die werden das tun, was die alle tun, die ohne Perspektive herkommen, die werden ihre Arbeitskraft billiger anbieten. Das ist das, was gewollt ist. Das funktioniert aber in Europa nicht. Die europäische Rechte, die europäischen Rassisten, gerade dort, wo sie auch über Regierungsmacht verfügen, begreifen dieses Modell nicht beziehungsweise können es in ihren Ländern, weil die anders strukturiert sind, zum Teil auch nicht anwenden. Jedenfalls stehen sie dazu in Opposition und es entsteht der ganze rechte Druck, auf den Alexis völlig zu Recht hingewiesen hat. Gleichzeitig entsteht in Deutschland aber, das ist jetzt nicht von mir, sondern das habe ich von Martin Glasenapp aus einer anderen Debatte geklaut, finde es aber wichtig, in Deutschland entsteht eine Situation, die wir so noch nie hatten. Das ist für mich als antideutsch geprägten Linken ein großes Problem, das sozusagen aber es entsteht in Deutschland eine Situation, wo dieses Land so europäisch ist wie noch nie. Es entsteht eine Situation, es entsteht eine Situation, wo Flüchtlinge sich im Fernsehen hinstellen und sagen, Deutschland bestes Land der Welt. Da dreht sich mir irgendwo der Magen um und ich verstehe, warum sie es sagen. Und viereinhalb Millionen Menschen seit einer Studie haben alleine im August und September praktische Hilfe geleistet bei der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland. Viereinhalb Millionen. So viel hat die Deutsche Linke, soweit ich mich erinnern kann, nur 1983 im Zusammenhang der absolut dann auf dem Höhepunkt zugespitzten Auseinandersetzung um die Raketenstationierung mal kurz auf die Straße gebracht. Wir tun das über Monate. dieses Land ist an dieser Stelle anders geworden und es ist eine Möglichkeit entstanden. Es gibt noch kein antineoliberales Projekt. Vollkommen richtig, Alex. Bin ich ganz bei dir. Es ist aber eine Möglichkeit entstanden, die es so bisher nicht gab. Diese Menschen, die da helfen, die fangen auch die, die sagen, wir sind ganz unpolitisch, wir wollen uns nicht mit Politik, wir wollen nur helfen. Auch die sagen, wir tun hier aber eigentlich staatliche Aufgaben. Eigentlich müsste das öffentlich geschehen. Wir helfen ja gerne. aber das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Dort entsteht eine Perspektive, schafft anständige gesellschaftliche Infrastruktur für alle. Und die ist nicht zu bezahlen mit Austeritätspolitik. Das wissen die meisten, die das jetzt in den Flüchtlingsinitiativen fordern nicht. Das ist auch egal. Wir wissen es und daraus kommt was zusammen. Die Forderung nach sozialer gesellschaftlicher Infrastruktur für alle, nach einer anständigen sozialen gesellschaftlichen Absicherung für alle, wird im Moment von Millionen Menschen täglich in der Praxis gestellt. Und sie politisch zuzuschwitzen, ist die Aufgabe, die Organisationen via Tag haben. Und das führt dann gleichzeitig zu einem faktischen Bruch mit der Austerität, weil es gar nicht geht, so eine Infrastruktur mit Austeritätspolitik aufzubauen. Und es führt gleichzeitig damit auch zu einer Bearbeitung des Themas Fluchtursachen. Ich denke, das ist die Perspektive, in der wir das angehen müssen. Vielen Dank, Sie werden an der Stelle klar ein Hinweis. Morgen ist ja im Plenum genau das Thema Migration und Globalisierung Thema, schon viel ich weiß. Ja, richtig? Genau, also noch mal da kann auch ein Teil der Debatte unter anderem Flüchtlingsgeschichte, das ist eben vor allem eine Rassismus- und Faschismus-Krise, die dort abläuft und eben keine Flüchtlingskrise. Das ist das Problem, dieser rassistische Diskurs, der sich da entspannt hat. Ich würde sozusagen, das sind die Früchte eben von neoliberalen Umstrukturierung der Gesellschaft. Also das, was jetzt sozusagen die organisierten faschistischen Kader ernten, das sind eben die Früchte, die Hartz IV und andere Dinge hervorgebracht haben, beziehungsweise auch die Unfähigkeit des Staatsapparates, so wie er strukturiert ist, insbesondere auch im Osten für andere Verhältnisse zu sorgen, eben auch aufgrund von neoliberaler Doktrin. Da ist tatsächlich was in Bewegung von Links, all das, was unter Willkommenskultur läuft, hinzukommen diese ganzen großartigen Mobilisierungen, die es gegen Pegida, AfD und gegen diesen anderen ganzen Kram gibt, der sich da trifft, pro NLW, die Rechte und so weiter und so fort. Das sind also zwei Punkte, bei denen die Gesellschaft im Moment massiv in Bewegung ist und das ist fantastisch. Als dritter Punkt gibt es eben TTIP, was viele Leute mobilisiert und das finde ich, das ist etwas bemerkenswertes, weil seit 2007, 2008 war die Gesellschaftliche Linke nicht so auf der Straße wie in diesem Jahr. Das ist beeindruckend und zwar täglich bei diesen ganzen Willkommensgeschichten an fast jedem Wochenende oder teilweise eben auch unter der Woche bei irgendwelchen Pegida-Zeugs und dann eben diese, keine Ahnung, 200.000, 250.000 Menschen in Berlin. Das Problem ist, dass sich aus diesen ganzen Geschichten bisher kein antineoliberales Projekt bisher geformt hat oder dass man das bisher nicht versucht hat und an der Stelle würde ich gerne noch mal etwas zur TTIP-Demo sagen, weil das mir strategisch wichtig erscheint. Was an diesem Tag in Berlin mit diesen ungefähr 200.000 Menschen auf der Straße war, das war letztendlich die Mosarik-Linke, wie haben sie Oran und andere, sie versucht haben. Diese gesellschaftliche Mosarik-Linke war eben auf der Straße, es gab noch nie eine Demo zu der BGB-Umweltverbände Kirchen plus alle möglichen anderen Gemeinden aufgerufen haben und was eben nicht spürbar war tatsächlich sozusagen ein Funke, etwas überschüssiges, was es möglich macht, das politische Spektrum nach links zu ziehen. Das ist ein ganz großes Problem, da muss also noch etwas hinzu, wenn das tatsächlich passiert. Das Problem ist, Pegida hat diesen Überschuss. Wir haben sozusagen ein rassistisches gesellschaftliches Modell, das funktioniert im Sinne von Gesellschaft nach rechts zu verschieben. Ich glaube aber, dass im Kontext von TTIP noch Möglichkeiten bestehen, aber auch diese ganze Kompenskultur Geschichte, wenn nämlich irgendwie klar ist, dass es diese Probleme gibt bei der Versorgung, hängt ja vor allem mit der neoliberalen Stadt zusammen, wie sie eben strukturiert ist und wenn da eben mehr passiert, nicht nur... aber darf man nicht vergessen, dass es auch vorher schon Phasen von Schwäche und Stärke und Welle gab. Also ich finde für die weitere Diskussion und auch für unsere Frustration, die viele von uns haben und Depressionen, die wir auch haben, muss man, muss man glaube ich bewegungspolitisch immer auch in Phasen und in gesellschaftlichen Dynamiken denken. Also das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wo stehen wir? Da ist glaube ich im Moment nicht schön zu reden, der 13.7. hat ein Maß, also eine Artikulation von Ungleichheit und Unfreiheit sozusagen verdeutlicht, die aber auch gleichzeitig ein Zeichen, eine Artikulation der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse ist und deutlicher, glaube ich, konnte es nicht sein und zwar als Reaktion auf eine bestimmte Zuspitzung von Auseinandersetzungen, die sich sozusagen zugespitzt haben am Fall Griechenland. Entschuldige, so, bitte. Ja. Ach, entschuldige, entschuldige, ja, entschuldige, ja. Der 13.7. ist der Tag gewesen oder das war sozusagen der Abschluss einer von vielen Verhandlungsrunden, aber dann noch mal, ihr könnt euch erinnern, wahrscheinlich Ende des Sommers, wo dann mit sehr viel Druck mit der Androhung, also die Banken waren ja eh schon geschlossen, aber mit der Androhung die Banken permanent schließen und Griechenland in die Zahlungsfähigkeit, die Regierung von Griechenland gezogen wurde, sich am dritten Memorandum auf Understanding, also Memorandum, ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt, Memorandum, also das dritte Memorandum zu unterschreiben, das, was sie ja vorher, sozusagen, was Judica vorher, oder die Kämpfe in Griechenland vorher sozusagen darauf hingedeutet haben, dass man ein weiteres Memorandum nicht will. Wenn wir gucken, wo stehen wir gerade, müssen wir in Widersprüchen und Ambivalenzen denken, so schwer das auch gerade auszuhalten ist. Es gab eine hohe Solidaritätswelle, die auch durch ganz Europa ging, die aber nicht groß war, das heißt, das, was am 13. sichtbar wurde, war nicht nur eine Unterwerfung der griechischen Regierung, sondern auch ein Anzeichen der Schwäche der Linken in ganz Europa. Ich würde sagen, nichtsdestotrotz, es gab eine Welle der Solidarisierung und Solidarität, die es auch am 13. und 7. sehr stark gab. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, an dem man sich festhalten muss, weil in der Deutlichkeit der Artikulation von Macht und Herrschaft, die am 13. und 7. stattgefunden haben, ist vielen in Werners Worten eben auch klar geworden, da kommt niemand dran vorbei, wie die Kräfteverhältnisse in Europa sind und was die riskieren, um diese Kräfteverhältnisse auch sozusagen durchzuziehen, also ihre Macht sozusagen durchzuziehen. Mein dritter Punkt zum Stand in Europa. Danach gab es sozusagen, ich glaube, es gab eine kurze Phase vor der richtigen Sommerpause, eine kurze Phase von immenser und intensiver Aktivität, um jetzt nicht auf das bewegungspolitische Feld sozusagen zu werfen, wo stehen wir da? Rauke hat ja gesagt, ich bin in der Kontaktstelle Sozialbewegung, also in der Funktion der Kontaktstelle mache ich seit vielen Jahren, bewegungspolitisch bin ich da aktiv, bündnispolitisch in dem Feld sozusagen der Krise ist eines meiner Schwerpunkte, deswegen erinnert euch auch alle, aber das vergisst man ja alles immer so schnell mit, wir zahlen nicht für eure Krise, bis jetzt hin zu Blockupy und transnationaler Vernetzung. Und damit will ich gleich nochmal einen ersten Punkt machen, wo stehen wir? Ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, wo stehen wir? Müssen wir auch Geschichte rekapitulieren und wissen, dass Kämpfe und Auseinandersetzungen immer auch in verschiedenen Intensitäten und verschiedenen Wellen laufen. Wenn wir jetzt auf den 13.7., also den sogenannten Kuh gucken und denken, das war natürlich ein dramatisches Ereignis, würde ich jetzt hier gar nicht schönreden, aber darf man nicht vergessen, dass es auch vorher schon Phasen von Schwäche und Stärke und Welle gab. Also ich finde, für die weitere Diskussion und auch für unsere Frustration, die viele von uns haben und Depressionen, die wir auch haben, muss man, glaube ich, bewegungspolitisch immer auch in Phasen und in gesellschaftlichen Dynamiken denken. Also das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wo stehen wir? Da ist, glaube ich, im Moment nicht schön zu reden. Der 13.7. hat ein Maß, also eine Artikulation von Ungleichheit und Unfreiheit sozusagen verdeutlicht, die aber auch gleichzeitig ein Zeichen, eine Artikulation der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse ist und deutlicher, glaube ich, konnte es nicht sein und zwar als Reaktion auf eine bestimmte Zuspitzung von Auseinandersetzungen, die sich sozusagen zugespitzt haben am Fall Griechenland. Entschuldige, so, Herr, ja, kannst du kurz vielleicht noch mal was im 13.7. war? Ach, entschuldige, ja, ja, entschuldige, ja. Der 13.7. ist der Tag gewesen oder das war sozusagen der Abschluss einer von vielen Verhandlungsrunden, aber dann noch mal, ihr könnt euch erinnern, wahrscheinlich Ende des Sommers, wo dann mit sehr viel Druck mit der Androhung, also die Banken waren ja eh schon geschlossen, aber mit der Androhung, die Banken permanent schließen und Griechenland in die Zahlungsfähigkeit, die Regierung von Griechenland gezwungen wurde, sich ein dritten Memorandum auf Understanding, also Memorandum, ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt, Memorandum, also das dritte Memorandum zu unterschreiben, das, was sie ja vorher sozusagen, was Jurytzer vorher, oder die Kämpfe in Griechenland vorher sozusagen darauf hingedeutet haben, dass man ein weiteres Memorandum nicht will. Wenn wir gucken, wo stehen wir gerade, müssen wir in Widersprüchen und Ambivalenzen denken, so schwer das auch gerade auszuhalten ist. Falls Zeiten der Verträge werden immer kürzer, das Lamento wird immer größer und in den letzten Jahren sind mit ESM und Fiskalpakt und den gescheiterten Wettbewerbspakten oder den noch nicht realisierten Wettbewerbspakten in sehr kurzer Zeit ist ein Regelwerk geschaffen worden, das um diese nicht funktionierende Währungsunion herum ein Korsett an Verträgen und Regelungen legt, wo es nicht mehr darum geht, ob irgendeine Regierung sich daran hält oder nicht, sondern wo die Exekutivmacht bei der Europäischen Kommission und die Gesetzesmacht letztlich auch dort liegt. Was sich im laufenden Jahr geändert hat, ist, was sich mit Griechenland geändert hat, ist, dass dieses Nichtfunktionieren des europäischen Austeritätsmodells inzwischen jedem bekannt und bewusst ist. Es gibt in der ernstzunehmenden politischen Debatte, eigentlich praktisch niemanden mehr und in der ökonomischen auch nicht, der sagt, dass dieses Modell so wie es ist, funktionieren kann. Ein neuer Krisenschub, der ist im Eintreffen eine Frage nicht des Ob, sondern des Wann ist, ein neuer Krisenschub, würde in der Weise, wie das 2008, 2009 gemacht worden ist, in gar keiner Weise mehr beherrschbar sein. Das ist auch allen bewusst. Deshalb die hektischen Versuche mit Banken, Union und allen möglichen anderen Dingen, dort noch weitere Pfeiler einzuziehen, die dann angeblich halten sollen. Und an keiner Stelle entsteht ein Gegendiskurs bei den herrschenden geliehen. In den politischen Auseinandersetzungen der 60er, 70er Jahre noch der 80er Jahre hatten wir immer Oppositionen, die in den herrschenden Eliten Oppositionell waren. Das ist überhaupt nicht mehr da. Das sieht so aus, als sei das alles ziemlich perspektivlos und ich behaupte, es ist ein Zeichen, auch ein Zeichen unseres Erfolgs. Dass den Herrschenden nichts mehr einfällt, als an ihrem todsicher, nicht funktionierenden Modell festzuhalten, ist auch, nicht alleine, aber auch darauf zurückzuführen, dass die Auseinandersetzung darum sich in der Weise zuspitzt, dass dieses Modell verteidigt werden muss oder dass es fällt. Im Augenblick sieht es so aus, als würde es nicht fallen, aber das haben zu Beginn des Jahres 1989 auch noch alle von der da 40 Jahre alt werdenden DDR gebraucht. Applaus Das sage ich doch. Wirklich. Ich gebe die Frage weiter an Corinna. Wo stehen wir? Wir ist natürlich gemeint, diejenigen, die gegen die Austeritätspolitik sind. Wo stehen wir gerade? Das ist jetzt ganz schön die Reihenfolge, die wir haben, glaube ich, weil mein Punkt wäre jetzt... Wall Street gab es all diese ganzen Dinge. Das war, denke ich, bisher der Höhepunkt an Dynamik. Seitdem gab es verschiedene Phasen und ich denke, dass dieses In-Bewegung-Sein noch immer da ist, vielleicht sogar jetzt wieder anschwellend. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das In-Bewegung-Sein nicht nur die gesellschaftliche Linke betrifft, sondern auch die gesellschaftliche Rechte. Und das betrifft sicherlich gerade aktuell im Moment insbesondere die Bundesrepublik. Das ist aber auch in anderen Ländern der Fall. Das heißt, wenn die Frage ist, wo wir stehen, dann beziehen wir Bewegung meistens auf die gesellschaftliche Linke, aber die gesellschaftliche Rechte, die ist eben auch unterwegs. In der Bundesrepublik insbesondere in Form von AfD, Pegida und so weiter und so fort. Und das sind im Moment diejenigen, die die Fähigkeit haben, das politische Spektrum zu bewegen, sprich nach rechts zu ziehen. Und zwar mit einem hohen Tempo, würde ich sagen, mit einem bedrohlichen Tempo. Zur Austeritätspolitik. Also meine Analyse der Austeritätspolitik ist anders als die von dir, Werner. Ich würde sagen, die Austeritätspolitik funktioniert hervorragend. Das Modell funktioniert hervorragend. Und ich glaube, dass es bei diesem Modell nicht um, naja, eine überzeitliche Stabilisierung von Finanzanlagen geht, sondern es vor allem tatsächlich darum geht, die Machtverhältnisse zu restrukturieren in den Gesellschaften, Strukturanpassungsmaßnahmen durchzusetzen und die relativen Machtunterschiede zu vergrößern zwischen dem 1% und den unteren Bevölkerungsschichten. Und das hat bisher hervorragend funktioniert. Dankenswerterweise hat nämlich die Linksfraktion vor ein paar Tagen eingeladen, um zum Thema Privatisierung in Griechenland bei einer Anhörung zu sprechen. Und wenn man sich da zum Beispiel die Privatisierungen anschaut, die bisher gelaufen sind, der Großteil dessen, was da privatisiert wurde, geht unmittelbar in die Hand von Leuten, egal ob das jetzt Leute mit griechischer Staatsangehörigkeit sind oder nicht, die auf der Vorbissliste der oberen 500 stehen. Das ist sozusagen die Zielgruppe dieser ganzen schönen Privatisierungsmaßnahmen. Das ist gar nicht die ein Prozent und die Leute, die ein paar Millionen auf dem Konto haben, sondern die im Wesentlichen davon profitieren, dass nicht eben die Leute, die auf der Vorbissliste der 500 stehen, der 500 reichsten Personen. Also dieses Modell, denke ich, hat hervorragend funktioniert und dieses Modell wird weiter durchgedrückt. Es wird zunehmend autoritärer, dieses Modell und es gibt eben tatsächlich keine Anzeichen bei den Beliten, dass sich da etwas ändert. Das heißt nicht, angesichts einer düsteren Prognose, dass die Hoffnung völlig weg ist, dass sich etwas ändern lässt. Wie gesagt, Gesellschaften sind Bewegung, aber die Situation ist ziemlich katastrophal. Es gibt eine frische Studie der internationalen Arbeitsorganisation, die hat sich Austeritätspolitik mal angeschaut für die kommenden Jahre, insbesondere für das folgende Jahr. Eine Situation, in der im Jahr 2013 weltweit ein Bruttosozialprodukt von etwa 75 Billionen in den US-Dollar produziert worden ist. Das Bruttosozialprodukt ist nicht identisch, das wisst ihr alle, mit der Masse der Güter und Dienstleistungen, die produziert worden sind, sondern nur mit der Masse der Güter und Dienstleistungen, die verkauft worden sind. Was nicht gekauft und verkauft worden ist, geht dann nicht ein. Und manches wird mehrfach verkauft und geht dann mehrfach ein. Insofern muss man vorsichtig sein, dies, wie es manchmal oberflächlich geschieht, einfach als Realwirtschaft zu bezeichnen. Und wir haben auf der anderen Seite den gesellschaftlichen Reichtum, gibt es im Kapitalismus ja immer, das gibt es in zweierlei Formen. Einmal in der Form der Güter- und Dienstleistungen und zu zweitem in der Form eines des Wertes, korrekt gesprochen oder ökonomisch unsauber und legt mich darauf jetzt bitte nicht fest, in einer Preis- oder Geldform. Und dafür ist es Maß, dass man dafür heranziehen kann, das Finanzvermögen und das war im Jahre 2013 280 Billionen US-Dollar. Also etwa das Vierfache des weltweit produzierten Bruttosozialprodukts. Der Zweck der Austeritätspolitik besteht darin, dafür zu sorgen, dass diese 280 Billionen US-Dollar Finanzvermögen als ihren Besitzern, als reales Kapital, als realer Reichtum erscheinen. Das ist gültiger Reichtum, völlig klar. Jeder kann hingehen und von diesen 280 Billionen die drei oder fünf Milliarden, die ihm gehören, da rausnehmen und damit, ich weiß nicht, eine Erdöl-Raffinerie bauen und Öl verkaufen. Das funktioniert. Das dürfen nur nicht allzu viele gleichzeitig machen, dann funktioniert es nicht mehr. Denn tatsächlich, obwohl es gültiger Reichtum ist, dieses Finanzvermögen, ist es zuallererst ein Anspruch auf Reichtum. Und damit daraus realer Reichtum wird, müssen Leute dafür zahlen. Dafür zahlen die Menschen, indem der Produktivitätsfortschritt der letzten 40 oder 50 Jahre praktisch ausschließlich in die Hände der Kapitalbesitzer gekommen ist. Dafür zahlen die Menschen in den Ländern der dritten Welt seit spätestens 1982 mit der Schuldenkrise, wo seither die Schulden in absoluter Summe sich mehr als verdoppelt haben, obwohl sie mehr als dreifach zurückgezahlt worden sind. Und dafür zahlen in Europa die Menschen inzwischen mit der Austeritäts- und Privatisierungspolitik. Dafür haben in Osteuropa die Menschen bezahlt mit der Übernahme der gesamten Industrie durch die westlichen Konzerne für einen Appel und ein Ei. Diese ganzen Prozesse laufen und diese ganzen Prozesse reichen nicht um die 280 Billionen US-Dollar Finanzvermögen hin zu weniger Integration, ohne dass das dramatische, politische, gesellschaftliche und in der Regel auch militärische Verwerfungen hatte. Ich weiß, dass die Frage mit der Friedensfunktion der Europäischen Union gleich noch kommt, deshalb gehe ich an der Stelle da erstmal nicht weiter drauf ein. Ich finde es aber wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Anrecht auf das Original in der Frage weniger europäische Integration, mehr nationale Möglichkeiten eigener Politik zu betreiben, das Original einer solchen Position ist rechts. Und wer das versucht, diese Idee von links zu bedienen, darf sich nicht wundern, wenn er von rechts dafür missbraucht wird. Es kann kein Integrationsmoratorium geben. Das Moratorium müsste von den herrschenden Eliten durchgeführt werden. Ich habe eben gesagt, es gibt keine Gegeneliten. Es gibt kein gegenelitäres Projekt. Die Herrschenden in der Europäischen Union, die Eliten in der Europäischen Union stehen an einem Punkt, in dem sie von ihrem autoritären Modell der europäischen Integration so nicht wieder runterkommen. Ich komme zum allerletzten Punkt, genau. Und dies führt zu konkreten Lebensbedingungen, Alexis, du hast das völlig richtig beschrieben, führt zu konkreten Lebensbedingungen, die in großen Teilen der Peripherie und inzwischen auch für viele, viele Menschen in den Zentralländern der Europäischen Union kaum noch lebbar sind. Das ist ganz eindeutig so. Und das erinnert mich ganz massiv an die Situation, die Marx und Engels im kommunistischen Manifest beschreiben, wenn sie sagen, wenn sie die Lage der Arbeiterklasse damals beschreiben und sagen, das sind zum großen Teil Leute, die von der Generation oder von der halben Generation noch im Dorf gelebt haben und da ging es ihnen besser. Und die trotzdem wortwörtlich formulieren und trotzdem wollen wir Kommunisten nicht zurück zur Idiotie des Dorflebens, weil der nicht nach hinten kein Fortschritt zu erwarten ist. Der Fortschritt kann nun im Durchgang durch dieses reaktionäre, autoritäre Projekt auf der anderen Seite davon liegen, weil auch was Richtiges darin liegt, in der Bewegung der Arbeiterklasse damals das Richtige aus den Zwängen der Standes- und der Dorfgesellschaft herauszukommen und bei der Europäischen Union das Richtige aus den Zwängen des Nationalismus und der Dörflichen Kleinkarriert herauszumachen. Ich stimme auch zu, dass die Rolle der Europäischen Union beziehungsweise ihre Vorläufergemeinschaften an diesem Punkt von der tatsächlichen Bedeutung her normalerweise politisch überschätzt wird, auch wenn es politisch für die Menschen in Deutschland und Frankreich, ich bin ja nun in einer Generation aufgewachsen, wo die Kriegsgeneration und die für die, also die Generation, die den Krieg auf dem Feld hat führen müssen und die Generation, die den Krieg politisch zu verantworten hatte, noch politisch sehr aktiv waren und dieses Land gestaltet haben und in meiner Jugend, ich habe mit Leuten in einem ähnlichen Alter wirklich häufig darüber gesprochen, war das schon so, dass für eine ganze Menge Leute, die friedenspolitisch engagiert waren und die Antikriegspositionen vertraten, es eine extrem wichtige Erfahrung war, dass die früheren Kriegsgegner jetzt in den 50er und 60er Jahren begannen, sehr eng zusammenzuarbeiten. Ich glaube trotzdem, dass Alexis, du recht hast, wenn du sagst, das wird von der realen Bedeutung her überschätzt. Das ist auf der politischen, mentalen Ebene wichtig, aber von der realen Bedeutung her wird das überschätzt. Nur, ist das überhaupt die Frage, um die wir diskutieren müssen? Es gibt diesen wunderschönen Satz von Kant, der sagt, es gibt Fragen, auf die zu antworten ist, wie wenn einer den Bock meldet und der andere das Sieb runterhält. Und dies hier scheint mir eine solche Frage zu sein. Es geht nicht darum, ob die Europäische Union heute die Funktion hat, Kriege zwischen ihren Hauptmächten zu verhindern. Auf diese Frage zu antworten, ist müßig, weil sie sich so nicht stellt. Es stellt sich aber die Frage, was ist es denn eigentlich für ein Interesse, das in der Europäischen Union organisiert wird. Und organisiert wird in der Europäischen Union das Interesse der Europäischen Export-Bourgeoisie, übrigens nicht Deutschlands, sondern der Europäischen Export-Bourgeoisie, das Interesse der Europäischen Export-Bourgeoisie auf Zugang zur Welt wird. Niemand wird Export-Bourgeoisie werden und bleiben können, wenn er in fremder Währung seinen Außenhandel abrechnen muss. Der entscheidende Punkt für die Europäische Export-Bourgeoisie ist der Euro. Und den werden Sie mit Zähnen und Klauen und auch militärisch verteidigen. Da geht es nicht, wie du das versucht hast zu banalisieren, Alexis, darum, ob Portugal und Griechenland den Krieg miteinander anfangen, sondern da geht es darum, ob eine Desintegration der Europäischen Union nicht ihre Existenz als Friedensmacht, das Quatsch, ob eine Desintegration der Europäischen Union den Zugang Ich frage mich, ist das wirklich so? Kann man das so sagen? Gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen in und um die EU herum Also sicherlich ist es so, dass im öffentlichen Diskurs oft die Europäische Union mit einem Friedensprojekt in Verbindung gebracht wird. Die Europäische Union hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Da gab es ja im Vorfeld einen großen Schreit, wer nimmt den eigentlich entgegen? Und das Ergebnis war Martin Schulz, Juncker und vielleicht die dritte Person machen das zusammen. Juncker darf die Urkunde nehmen und irgendwas sagen, der andere darf die Urkunde halten und Martin Schulz kriegt die Medaille oder irgendwie sowas, damit eben alle drei auf dem Foto sind, der Verlern des Friedensnobelpreises. Also ich würde die Geschichte des Europäischen Kontinents im 20. Jahrhundert so interpretieren, dass die Tatsache, dass nach 1945 kein militärischer Konflikt oder kaum militärische Konflikte auf dem Kontinent stattgefunden haben, im Wesentlichen in dem Ost-West-Konflikt begründet liegt und sozusagen der Stillstellung von heißen Auseinandersetzungen. Außerdem waren zentrale Akteure beschäftigt damit, militärische Auseinandersetzungen sozusagen zu exportieren oder waren da drin verwickelt mit ihren Kolonialkriegen, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, die da versucht haben, ihr Kolonialreich zu retten und so weiter und so fort. Von daher würde ich sagen, das war das zentrale Moment. Natürlich war die nicht Europäische Union, weil die gab es im Wesentlichen noch nicht, zumindest die größten Teil der zweiten Hälften nicht, sind die Europäische Gemeinschaft oder Vorgängerstrukturen. Diese Strukturen hatten durchaus auch mit einem Beitrag, aber der fiel nicht so ins Gewicht wie eben aus West-Konflikt NATO, die sozusagen das alles stillgestellt haben, was da vielleicht noch möglich gewesen wäre, ohne diese Dynamik. Plus, glaube ich, ist es auch eine propagandistische Aussage, dass eben die entsprechenden Institutionen da so einen großen Anteil hatten. Ich denke, dass auch einfach nach 1945 einen großen Anteil für Aussöhnung und so weiter zivilgesellschaftlich Auseinandersetzungen, Bewegungen hatten, die eben die Versöhnung vorangetrieben haben, als ein weiterer Moment zum Beispiel und eben nicht die europäischen Institutionen per se, die dann geschaffen wurden. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Europäische Union sich zu einem Imperium entwickelt, es werden zunehmend militärische Kapazitäten aufgebaut, entwickelt, Einsätze mitgeplant, wie jetzt zum Beispiel die Kämpfung von Schleppern. Es gibt eine Dynamik hin zu einer europäischen Armee, also es gibt eine intensive programmatische Diskussion, auch in der europäischen Sozialdemokratie, also das ist eher die Dynamik, dass sie sagen würde, es läuft sozusagen auf ein Imperium hinaus, was im Projekt aufgelöst worden ist von mehr Integration hin zu weniger Integration, ohne dass das dramatische, politische, gesellschaftliche und in der Regel auch militärische Verwerfungen hatte. Ich weiß, dass die Frage mit der Friedensfunktion der Europäischen Union gleich noch kommt, deshalb gehe ich an der Stelle da erstmal nicht weiter drauf ein. Ich finde es aber wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Anrecht auf das Original in der Frage weniger europäische Integration, mehr nationale Möglichkeiten eigener Politik zu betreiben, das Original einer solchen Position ist rechts. Und wer das versucht, diese Idee von links zu bedienen, darf sich nicht wundern, wenn er von rechts dafür Missbrauch wird. Es kann kein Integrationsmoratorium geben. Das Moratorium müsste von den herrschenden Eliten durchgeführt werden. Ich habe eben gesagt, es gibt keine Gegeneliten. Es gibt kein gegenelitäres Projekt. Die Herrschenden in der Europäischen Union, die Eliten in der Europäischen Union stehen an einem Punkt, in dem sie von ihrem autoritären Modell der europäischen Integration so nicht wieder runter kommen. Ich komme zum allerletzten Punkt, genau. Und dies führt zu konkreten Lebensbedingungen, du hast das völlig richtig beschrieben, führt zu konkreten Lebensbedingungen, die in großen Teilen der Peripherie und in zwischen auch für viele, viele Menschen in den Zentralländern der Europäischen Union kaum noch lebbar sind. Das ist ganz eindeutig so. Und das erinnert mich ganz massiv an die Situation, die Marx und Engels im Kommunistischen Manifest beschreiben, wenn sie die Lage der Arbeiterklasse damals beschreiben und sagen, das sind zum großen Teil Leute, die von der Generation oder von der halben Generation noch im Dorf gelegt haben und da ging es ihnen besser. Und die trotzdem wortwörtlich formulieren und trotzdem wollen wir Kommunisten nicht zurück zur Idiotie des Dorflebens. Weil der nicht nach hinten kein Fortschritt zu erwarten ist. Der Fortschritt kann nur im Durchgang durch dieses reaktionäre autoritäre Projekt auf der anderen Seite davon liegen, weil auch was richtiges darin liegt. das Richtige aus den Zwängen der Standes und der Dorfgesellschaft herauszukommen und bei der Europäischen Union das Richtige aus den Zwängen des Nationalismus und der dörflichen Kleinkarriert herauszukommen. Implikation nach Gegenwart ist dieser Weg auch falsch. Ja, das kommt raus. Ich stimme völlig zu, dass die Frage, inwieweit die Europäische Union eine Funktion darin hat, Krieg zwischen den europäischen wesentlichen Hauptmächten zu verhindern, heutzutage keine besonders aktuelle Frage ist. Ich stimme auch zu, dass die Rolle der Europäischen Union bzw. ihre Vorläufer Gemeinschaften an diesem Punkt von der tatsächlichen Bedeutung her normalerweise politisch überschätzt wird, auch wenn es politisch für die Menschen in Deutschland und Frankreich, ich bin ja nun in der Generation aufgewachsen, wo die Kriegsgeneration und die Generation, die den Krieg auf dem Feld hat führen müssen und die Generation, die den Krieg politisch zu verantworten hatte, noch politisch sehr aktiv waren und dieses Land gestaltet haben. Und in meiner Jugend, ich habe mit Leuten in einem ähnlichen Alter, wie ich häufig darüber gesprochen, war das schon so, dass für eine ganze Menge Leute, die friedenspolitisch engagiert waren und die Antikriegspositionen vertraten, es eine extrem wichtige Erfahrung war, dass die früheren Kriegsgegner jetzt in den 50er und 60er Jahren begannen, sehr eng zusammenzuarbeiten. Ich glaube trotzdem, dass Alexis recht hast, wenn du sagst, das wird von der realen Bedeutung her überschätzt. Das ist auf der politischen, mentalen Ebene wichtig, aber von der realen Bedeutung her wird das überschätzt. Nur, ist das überhaupt die Frage, um die wir diskutieren müssen? Es gibt diesen wunderschönen Satz von Kant, der sagt, es gibt Fragen, auf die zu antworten ist, wie wenn einer den Bock melft und der andere das Sieb unterhält. Und dies hier scheint mir eine solche Frage zu sein. Es geht nicht darum, ob die Europäische Union heute die Funktion hat, Kriege zwischen ihren Hauptmächten zu verhindern. Auf diese Frage zu antworten, ist müßig, weil sie sich so nicht stellt. Es stellt sich aber die Frage, was ist es denn eigentlich für ein Interesse, das in der Europäischen Union organisiert wird. Und organisiert wird in der Europäischen Union das Interesse der Europäischen Export-Bourgeoisie, übrigens nicht Deutschlands, sondern der Europäischen Export-Bourgeoisie. das Interesse der Europäischen Export-Bourgeoisie auf Zugang zur Welt wird. Niemand wird Export- Weltmeister werden und bleiben können, wenn er in fremder Währung seinen Außenhandel abrechnen muss. Der entscheidende Punkt, politisch wird es in den herrschenden Debatten in überhaupt keiner Weise infrage gestellt. Dabei ist gleichzeitig völlig klar, dieses Modell funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Von Anfang an ist der Versuch, diese Wirtschafts- und Währungsunion so zu organisieren, dass damit ihr eigentliches Ziel erreicht werden kann, nämlich die Stabilität der Finanzanlagen zu garantieren. Frau Merkel hat es in den letzten Jahren ja mehrfach öffentlich formuliert, dass das genau das eigentliche Ziel ist, um das es bei der Wirtschafts- und Währungsunion geht. Von Anfang an ist die Realisierung der Wirtschafts- und Währungsunion mit einem dauernden und immer stärker werdenden Lamento begleitet, dass sich alle Vertragspartner da doch gar nicht dran halten. Man hat erst Maastricht verabredet und keiner hält sich dran, dann hat man den Stabilitäts- und Wirtschaftspakt verabschiedet und keiner hält sich dran und so weiter. Falls Zeiten der Verträge werden immer kürzer, das Lamento wird immer größer und in den letzten Jahren sind mit ESM und Fiskalpakt und den gescheiterten Wettbewerbspakten oder den noch nicht realisierten Wettbewerbspakten in sehr kurzer Zeit ein Regelwerk geschaffen worden, dass um diese nicht funktionierende Währungsunion herum ein Korsett an Verträgen und Regelungen liegt, wo es nicht mehr darum geht, ob irgendeine Regierung sich dran hält oder nicht, sondern wo die Exekutivmacht bei der Europäischen Kommission und die Gesetzesmacht letztlich auch dort liegt. Was sich im laufenden Jahr geändert hat, ist, was sich mit Griechenland geändert hat, ist, dass dieses nicht funktionierende europäische Austeritätsmodells inzwischen jedem bekannt und bewusst ist. Es gibt in der ernstzunehmenden politischen Debatte, eigentlich praktisch niemanden mehr und im ökonomischen auch nicht, der sagt, dass dieses Modell so, wie es ist, funktionieren kann. Ein neuer Krisenschub, der ist eine eintreffende Frage, nicht des Ob, sondern des Wann ist, ein neuer Krisenschub, würde in der Weise, wie das 2008, 2009 gemacht worden ist, in gar keiner Weise mehr beherrschbar sein. Das ist auch allen bewusst. Deshalb die hektischen Versuche mit Bankenunion und allen möglichen anderen Dingen, dort noch weitere Pfeiler einzuziehen, die dann angeblich halten sollen und an keiner Stelle entsteht ein Gegendiskurs bei den herrschenden Eliten. In den politischen Auseinandersetzungen der 60er, 70er Jahre noch der 80er Jahre hatten wir immer Oppositionen, die in den herrschenden Eliten oppositionell waren. Das ist überhaupt nicht mehr da. Das sieht so aus, als sei das alles ziemlich Perspektiv. Die sich daraus vielleicht herausentwickeln lässt, dann könnte eine ganze Menge passieren und dann lassen sich vielleicht auch Funken schlagen. Ich stimme ganz, ganz weit fast allem zu, was vorhin Alexis gesagt haben, will aber noch kurz ein, zwei andere Punkte machen. Warum hat denn Frau Merkel sich öffentlich so geäußert, wie sie sich geäußert hat? Warum, was ist denn ihr Interesse, dass so eine große Zahl von Leuten herkommt? Es ist ja bemerkenswert, dass im deutschen offiziellen Diskurs, anders als Anfang der 90er Jahre der Abschaffung des Asylrechts, die rassistische Note im offiziellen Diskurs nicht da ist oder erst spät hineingekommen ist durch Seehofer jetzt. Das war Anfang der 90er Jahre vollkommen anders. Da war die rassistische Position von Anfang an die Begleitmusik dieser ganzen Kampagne bis weit in die SPD hinein einschließlich nach Wacken. Warum will also Frau Merkel diese Leute hier haben? Das ist sehr einfach zu beantworten. Wir haben das hier mit Menschen zu tun, die nicht nur auf der untersten materiellen sozialen Versorgungsebene, sondern bis in die Spitzenbereiche hinein, die Arbeitsmärkte unterschichten werden. Das sind jetzt nicht nur unausgebildete Leute, die als Putzfrauen arbeiten werden, sondern da sind Chefärzte dabei und die werden das tun, was die alle tun, die ohne Perspektive herkommen, die werden ihre Arbeitskraft billiger anbieten. Das ist das, was gewollt ist. Das funktioniert aber in Europa nicht. die europäische Rechte, die europäischen Rassisten, gerade dort, wo sie auch über Regierungsmacht verfügen, begreifen dieses Modell nicht, beziehungsweise können es in ihren Ländern, weil die anders strukturiert sind, zum Teil auch nicht anwenden. Jedenfalls stehen sie dazu in Opposition und es entsteht der ganze rechte Druck, auf den Alexis völlig zu Recht hingewiesen hat. Gleichzeitig entsteht in Deutschland aber, das ist jetzt nicht von mir, sondern das habe ich von Martin Rasenapp aus einer anderen Debatte geklaut, finde es aber wichtig, in Deutschland entsteht eine Situation, die wir so noch nie hatten. Das ist für mich als antideutsch geprägten Linken ein großes Problem, das so zu sagen, aber es entsteht in Deutschland eine Situation, wo dieses Land so europäisch ist wie noch nie. Es entsteht eine Situation, wo Flüchtlinge sich im Fernsehen hinstellen und sagen, Deutschland bestes Land der Welt. Da dreht sich mir irgendwo der Magen um und ich verstehe, warum sie es sagen. Und 4,5 Millionen Menschen seit einer Studie haben alleine im August und September praktische Hilfe geleistet bei der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland. 4,5 Millionen. So viel hat die Deutsche Linke Soweit ich mich erinnern kann. Nur dabei ist gleichzeitig völlig klar, dieses Modell funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Von Anfang an ist der Versuch diese Wirtschafts- und Währungsunion so zu organisieren, dass damit ihr eigentliches Ziel erreicht werden kann, nämlich die Stabilität der Finanzanlagen zu garantieren. Frau Merkel hat es in den letzten Jahren ja mehrfach öffentlich formuliert, dass das genau das eigentliche Ziel ist, um das es bei der Wirtschafts- und Währungsunion geht. Von Anfang an ist die Realisierung der Wirtschafts- und Währungsunion mit einem dauernden und immer stärker werdenden Lamento begleitet, dass sich alle Vertragspartner dadurch gar gar nicht dran halten. Man hat erst Maastricht verabredet und keiner hält sich dran, dann hat man den Stabilitäts- und Wirtschaftspakt verabschiedet und keiner hält sich dran und so weiter. Falls Zeiten der Verträge werden immer kürzer, das Lamento wird immer größer und in den letzten Jahren sind mit ESM und Fiskalpakt und den gescheiterten Wettbewerbspakten oder den noch nicht realisierten Wettbewerbspakten in sehr kurzer Zeit ist ein Regelwerk geschaffen worden, dass um diese nicht funktionierende Währungsunion herum ein Korsett an Verträgen und Regelungen liegt, wo es nicht mehr darum geht, ob irgendeine Regierung sich dran hält oder nicht, sondern wo die Exekutivmacht bei der Europäischen Kommission und die Gesetzesmacht letztlich auch dort liegt. Was sich im laufenden Jahr geändert hat, ist, was sich mit Griechenland geändert hat, ist, dass dieses nicht funktionierende europäische Austeritätsmodell inzwischen jedem bekannt und bewusst ist. Es gibt in der ernstzunehmenden politischen Debatte eigentlich praktisch niemanden mehr und in der ökonomischen auch nicht, der sagt, dass dieses Modell so wie es ist, funktionieren kann. Ein neuer Krisenschub, der ist eine eintreffende Frage nicht des Ob, sondern des Wann ist, ein neuer Krisenschub, würde in der Weise, wie das 2008, 2009 gemacht worden ist, in gar keiner Weise mehr beherrschbar sein. Das ist auch allen bewusst, deshalb die hektischen Versuche mit Banken, Union und allen möglichen anderen Dingen, dort noch weitere Pfeiler einzuziehen, die dann angeblich halten sollen und an keiner Stelle entsteht ein Gegendiskurs bei den herrschenden Gelieten. In den politischen Auseinandersetzungen der 60er, 70er Jahre noch der 80er Jahre hatten wir immer Oppositionen, die in den herrschenden Eliten oppositionell waren. Das ist überhaupt nicht mehr da. Das sieht so aus, als sei das alles ziemlich perspektivlos und ich behaupte, es ist ein Zeichen, auch ein Zeichen unseres Erfolgs. Erfolgs.